Zum Redaktionsschluss am Montag 18 Uhr war folgender Stand bei den Corona-Infektionen in der Lausitz zu verzeichnen. Im Landkreis Bautzen sind weiterhin insgesamt 347 Infizierte und damit keine weitere Neuerkrankung seit vergangenem Freitag gemeldet. Von den Infizierten sind bereits 235 Personen wieder genesen. Derzeit sind im Landkreis 100 Personen nachweislich am Coronavirus erkrankt. Im Landkreis Görlitz gelten von den bisher 255 Infizierten aktuell 108 als geheilt. Im Kreis Oberspraywald-Lausitz ist am vergangenen Wochenende kein Krankheitsfall neu aufgetreten. Aktuell wurden hier 42 Menschen infiziert, von denen bereits 33 wieder genesen sind. Im Landkreis Spreneiße sind fünf weitere Fälle der Neuinfektion gemeldet worden. Hier haben sich bislang insgesamt 62 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 51 der Erkrankten sind allerdings schon wieder gesund. Aktuelle Corona-Meldungen sowie die Entwicklung der Infektionen in Ostsachsen und Südbrandenburg halten wir dann wieder ab morgen 18 Uhr für Sie bereit. Bis dahin bleiben Sie schön gesund.